Musik Ah, endlich Sommer und Semesterferien. Ich kann es kaum glauben. Ich habe die letzte Geschichtsklausur geschafft und kann den ganzen Unikram jetzt mal hinter mir lassen. Und was super cool ist, es gibt das Élysée-Ticket und das habe ich mir ergattert. Und damit kann man gratis nach Frankreich reisen. Und bin jetzt, et voila, in Straßburg, weil Straßburg ist super nah an Köln, wo ich halt studiere. Und ich kann nicht warten, diese geschichts- und kulturträchtige Stadt kennenzulernen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020